Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen, hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. In schweren Zeiten hat man gerne jemanden an der Seite, der einen in den Arm nimmt und dabei sagt, dass alles wieder gut wird. Und weißt du was? Du kannst diesen persönlichen Tröster haben. Warum? Ist dir bewusst, dass du als Kind Gottes Zugang zu diesem Tröster hast? Wusstest du, dass der Heilige Geist in der Bibel so oft der Tröster genannt wird? Und ich will den Vater bitten und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich. Ich weiß, ich weiß, wenn das Herz schmerzt und dein Alltag voll mit Dingen ist, die dir unmöglich erscheinen, dann kommt oft der Glaube zu kurz. Der Glaube daran, dass dieser Tröster dir helfen möchte, dass du Zugang zu ihm haben kannst, zum Heiligen Geist. Was steht uns oft im Weg? Selbstzweifel. Ich bin nicht gut genug. Wieso sollte der Tröster mich trösten? Doch, du bist Gott wichtig. Und er macht keine Ausnahme, wem er hilft und wem nicht. Jeder, der mit seinem Leid zu ihm kommt, wird diesen Trost erfahren. So steht es schon in Matthäus. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Das Angebot des Trostes durch den Heiligen Geist steht. Ja, sein Angebot steht. Wo stehst du? Bitte lass deine Selbstzweifel dir nicht die Chance auf den großen Tröster nehmen. Weil ich weiß, wie es ist, würde ich sehr gerne für dich beten. Jesus, du siehst, wie zerbrochen das Herz vieler Menschen ist. Du siehst die Traurigkeit, die sich breitgemacht hat. Doch ich glaube, weil ich es selbst erlebt habe, dass du Traurigkeit in Freude verwandeln kannst und wirst. Und so, Heiliger Geist, bitte ich dich, uns alle mit Trost zu beschenken, wie noch nie zuvor. Danke für das Wunder, das sich hier bereit macht. Amen. Danke für dich.